Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch den neuen und limitierten Adidas 99g Fußballschuh im Unboxing. Der Schuh ist wie gesagt nur auf 299 Stück weltweit limitiert, lediglich in Größe 9 US, also 42,5 verfügbar. Und wenn ihr einen Vergleich zwischen dem alten und dem neuen sehen wollt, dann lasst einfach ein Like da und ein Testvideo zu dem alten Schuh verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Unboxing. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.